Hallo, hier ist wieder Johanna Schwarnberg. Ich melde mich heute mit einer weiteren Folge unserer Serie Dome, Museum, Lied from Home. Ich stehe hier in einem Raum unserer Ausstellung Family Matters, in dem es um den Wandel des Familienbildes geht. Hinter mir ist eine Wand zu sehen mit hochkarätigsten Gemälden aus der Kunstgeschichte, die ganz unterschiedliche Modelle von Familien vorzeigen. Wir sehen hier etwa eine heilige Familie, aber auch eine bürgerliche Familie oder eine dynastische Familie. Ich möchte Ihnen jetzt ein Bild vorstellen, das ich besonders spannend finde, nämlich die heilige Sippe von Dirk Wellert. Wir sehen hier Anna, die Mutter von Maria und den Jesusknaben und aber noch viele andere Personen, nämlich ihre weiteren beiden Töchter, die sie später bekommen hat, die auch Maria heißen. Und dieses Bild ist deswegen also interessant, weil es zeigt, dass schon die heilige Familie eine sehr dynamische Familie ist mit ganz, ganz viel Patchwork-Mitgliedern und dass unser Bild, das wir haben von so einer geschlossenen, heiligen Familie eigentlich nicht stimmt ist.